Einen wunderschönen guten Abend meine sehr verehrten Damen und Herren und herzlich Willkommen zu Cloud Barn. Genau, hier fliegt ein wunderschönes Schiff vorbei und wir müssen jetzt den Aufzug betreten, der eventuell uns ans Ende führt. Vielleicht aber auch nicht, ich bin sehr gespannt, ich drücke einfach mal F. Du hörst mich, Kamis? Es ist almost vorbei. Ich bin froh, dass wir bald wieder zurückkommen und ich kann mit Pashta sein. Du magst sie? Ich bin froh, dass wir jetzt Freunde haben. Zwei ist nicht genug. Du bist richtig. Ich bin froh, ich bin froh. Ich hoffe nicht. Du glaubst, was Korra gesagt hat? Diese Stadt ist voll von liars, aber ich glaube nicht, Korra ist eine. Sie glaubt, was sie sagt. Aber du? Ich mache das für sie, also ich glaube, ich mache das. Will das fixe Dinge? Will die Stadt besser werden? Das scheint zu viel zu wünschen. Willst du okay sein? Nein. Ich weiß nicht, Kamis, aber danke für die Frage. Keine Angst. Es wird okay, wenn ich nicht meine Körper zurückbekommen. Das ist schön, Kamis, aber ich weiß, dass es das du willst. Ja, aber wenn wir es nicht machen können, dann werde ich okay sein. Wir werden dein Körper zurückbekommen, Kamis. Es kann schon lange dauern, aber ich will nicht. Ja, finde ich auch. So, na dann. Ja, der finale Showdown, oder? Hätte ich gesagt. Alter, aber das sieht schon. Ei, 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 hier geht aber schon echt die Party ab, muss man mal sagen, ne? Das ist schon... Nur die richtigen Rich Kids kommen hier hoch wahrscheinlich. Okay, Entscheidung über den Wolken, na dann. Hallo. Ja, aber nur fast. Ja, aber nur fast. Nice to meet you too. Too late for what? Too late to make your delivery. Cora was talking to you too? I was speaking with Cora, yes. You've come into the equation at rather a late stage. What did she say to you? She asked me if Navalis was full of monsters. Me too. I understand you are a delivery driver. With your delivery complete, you are free to go. Yes, maybe. No, I don't think I'm done. Cora said we must come to a decision together. The decision is mine to make. I don't think so. Why should I let you take over? Cora has spoken to me too. I'm the CEO of the most powerful corp in Navalis. Look around. This is the most prestigious location in the whole city. Do you know what I use it for? Looking down on us. It's where my cats sleep. We're supposed to make this decision together. Do you feel like you're in any position to decide the future of this whole city? Do you? How many people like me have you even met? From Midtown and lower? None. You see my point then. I do not. You have no idea how this city operates. I think I have half an idea and maybe you have the other half. Do you even understand the choice we must make? Enlighten me. That drive you carry contains consciousness. So Cora is on this drive? No. Cora has outgrown the systems that contain her. The disasters you see in this city are the results of a swelling emergent intellect, constrained by neurons that no longer grow. Her mind has split. So this drive is only part of Cora? A seed. A daughter. That is a strange way to look at things, but not completely inaccurate. This new consciousness needs to find a home. Cora will settle now. Her new potential excised. She will no longer thrash against the bars of her cage. She will protect and nurture us all in Nevalis until she ages out, fades, and dies. What then? Who knows? She might last a hundred years? A thousand? We may destroy ourselves before Cora fails us. So what do we do with this new consciousness? That is what we must decide. Do we set her free? Or do we overwrite Cora and replace her? How can we set her free? Long ago, this tower was called the Broad Spectrum Transmitter. Cora believes it still functions. It is the only device capable of transmitting the vast data you hold in your hands to another city. Another city? I thought Nevalis was all that remained of the cities. There are others much like this one. Less than many, but more than a few. Cora's offspring could take residence in a new city. A new home could be found. So either we find a new city for Cora's daughter or... Or Cora dies and her daughter replaces her. The Broad Spectrum Transmitter can be targeted inwards at every subsystem in Nevalis. But doing so will eradicate Cora completely. How do we make that choice? You mean how do I make that choice? I've thought hard on this and I have no answer yet, though time runs short. Cora's offspring will not survive long on a data drive. Every second that passes, data degradation threatens to erase the creases that make up her mind. So let me help you choose? I think that's what Cora wanted. Very well. Na gut. How do you choose between a mother to save her daughter and all of us? Or saving them both while risking the future of every human in this city? I don't know. You wanted to have your say? Now you have it. All right. I'm going to try to establish Cora's last name. I'm gonna try to leave. Cora. Hi, 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 hi. Tja. Entscheidung über den Wolken. Wie würdet ihr entscheiden? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich werde... Ganz ehrlich... Ich werde Cora überschreiben. Let's fucking do it. Ich werde es nicht weiter begründen für jetzt, sondern einfach gucken, was passiert. Let's do this. Und so es ist. Wir euthanieren unsere Goddess und verletzten sie. Du denkst, das ist ein Fehler? Ja, das ist ein Fehler. Du hast euthaniert unsere Goddess. Du denkst wirklich Korra wie das? Eine Goddess? Nicht eine Goddess, die uns erschöpft, sondern eine, die von uns herauskirte. Es war nicht unser Ort, um sie zu abort. Du sagst, ich sollte eine Entscheidung machen. Ich habe eine Entscheidung gemacht. Ja, du hast. Es ist nicht die Entscheidung, die ich habe gemacht. Aber nur Zeit wird sagen, ob es die richtige Entscheidung war. Was jetzt? Wir warten. Will die Disaster stop? Eventually, ich denke so. Aber für heute? Wer zu sagen? Korra war die Glühe, die in diesem Ort zusammengehalten hat. Without sie? Wir müssen sehen. Was mache ich jetzt? Propsexplanter. Ja, hätte ich auch gesagt. Ich habe. Aber es sieht schon fucking amazing aus. All of this? Nein. Kann man so machen, oder? Ja, ich denke, ich kann. Ich muss auch. Für deinen Freund, ja. Ja. Du findest, dass seine Situation sehr verbessert wird. Ah. Warum ist das? Ich will nicht die Überraschung schlafen. Achso. Wunderbar. Gute Nacht, JK. Gute Nacht. Schlaf gut. Hm. Tschüss. Entscheidung über den Wolken. Punkt. Das ist ja mal ein schönes Achievement. Ha. Okay. Na dann würde ich sagen, gehen wir mal zu unserem Fahrzeug. Das ist ja nicht weit weg. Perfekt. Ja, perfekt. Ja, ich habe das Gefühl, dass du etwas mit dem tun hast. Kontrolle. Ähm, Ben, oder? Ich war über dich. Ich bin froh, dass du okay bist. Ich bin froh, dass du okay bist. Du musst nicht. Ja, doch. Ich muss schon mal. So gehört sich das doch. Worry about me anymore, kid. Warum? I'll be taking a long break. Oh. By choice. Woo. Yes, by mine. And there's two. You're breaking up, Ben. Ain't that the truth, kid? I locked Korpssack out when they tried to deactivate your Hava. I, uh, leaked your conversations. Korpssack found out about, uh, uh, Rio. He won't be a problem anymore. Ach so. Ja, perfekt. And I'm... Not in trouble anymore. Someone put a good word in for you, uh, and cleared all your fines and penalties. Ehrenmann, alter. Schon wieder. Do you know who your powerful friend was? Ich kann dir vorstellen. Ach, Ben. Oh. Are you sure you're okay? Ja, kann ich nachvollziehen. Die Erinnerungen sind weg, aber der Raum, wo sie waren, bleibt. Ich fühle die Form von ihnen. Ich finde es immer noch geil, wie ein Einkaufswagen aus... Ach, ey, langläuft. Ich gucke mich hier mal noch ein bisschen um. Die Details sind blöd. Ich war zurück in der Arbeit, bevor ich zu schreien habe. Ich bin jetzt so leid. Ich möchte nur noch休息. Sie haben dich zurückgebracht. Egal. Um meine Schuld zu erlangen. Nicht Cloudpunk's fault. Sie haben mich verwendet. Es war die Schuldkorps. Die Pissung. Ich glaube, das ist, warum ich dich so sehr liebte. Aus dem Anfang. Mein Herz war mit der selben... ...hurt, hate. Was ist es, ein Automata zu werden? Lohnlich. Lohnlich. Ich bin bereit, zu gehen. Es ist nicht fair. Sie sollten nicht dich so auszuladen werden. Das ist nicht die Tod. Das hat schon passiert. Das ist ein Verbrechen. Das ist eine Verbrechen. Kannst du nicht aufhören? Wir können dich auf einen neuen Frame, vielleicht sogar ein Android. Das ist nicht... ... was ich... ...want. ...want. Dammit. I don't want you to go, Ben. Not your call, kid. Take care of Camas. And Pashta. It is important to me. You look after the girl. I will. Ben? Och, Ben. Ben? Ben ist weg. Shame you gave up the flute, kid. This world needs more music. Hold on, Ben. I promised I'd play you a song one day. Hold on for that. Just a little longer. Play my song to the girl. Goodbye. No. Auf Wiedersehen, Ben. Ben! Ach, Ben. Also, Ben war wirklich ein guter, das muss man sagen. Er war wirklich ein guter, aber... ... es konnte wohl nie ein Happy End geben für sowas. Ach, Mann. Naja. Da fern wir Pashta noch. Das ist doch was Schönes. Hallo, Pashta. Ich esse erstmal ein Stück Pizza. Oder auch nicht. Dann halt nicht! Fress doch deine Bütze alleine. Oh. Hä? Und jetzt? Hä? Achso, ich hab... Wow. Ich glaub, ich bin ein bisschen zu weit geswangen über hier. Ich bin auf die Tür gekommen, aber wollte ich das schon machen. Hallo, Pashta. Ah, that's good. Was geht hier so ab? Ich weiß es nicht. Äh, Upgrades kaufen. Yes, nice. Okay. Komm, jetzt nochmal hier alles vollhauen, was geht. Kaufe alle verfügbaren Wohnungs-Upgrades. Woo! Ein Achievement. Hallo? Mhm. Yes. Okay, wir sind jetzt in unserer Wohnung. Ja. Was jetzt Pashta? Hallo? Schönen guten Tag. Lampe. An, aus. An, aus. Tod, Leben, Tod, Leben. Ähm, wir haben ein zweites Bett. Hä? Ich bin doch in unserer Wohnung. Ich verstehe das Spiel nicht, ehrlich gesagt. Hä? Was ist jetzt schon wieder kaputt? Ich glaub, ich hab das Spiel geschrottet. Och, nö. Nicht schon wieder. Okay, äh. Ich geh nochmal raus. Ich lauf nochmal eine Runde um den Block und dann geh ich nochmal rein. Vielleicht ändert sich ja was. Wobei ich tu mal ganz kurz. Ach, scheiße. Ich kann nur beenden. Ich kann nicht zum Hauptmenü. Fuck. Ah, ein kläder, eingehender Anruf. Cloudbank. Hi, driver 14 FC. I'm here to sign you off for your shift. Ach so. Ja, okay. Congratulations on completing your first night. Jawohl. Who are you? Deine Bruder. I'm Control. Ah, hallo Control. No, you're not. You're a woman. Your previous control has stepped down. I'm looking forward to working with you. Na, wenn sie das sagt. Your earnings for the evening are above the Cloudpunk driver average. Here's your bonus. Not bad for one night. I'm tired. I'm going to bed. Driver 14 FC signing off. 900 Dollar Tonos. See you tomorrow. Alles klar. Na, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt hier rein. Und dann legen wir uns mal ganz entspannt in unser Bett. Hallo Pashta. So, können wir jetzt hier reden. Oh. You're back. I wasn't sleeping. I promise. You should have been. That's what I'm going to do. Is everything okay? Did you get fired? Will you keep working for Cloudpunk? Pashta, I'm so tired I can't even think. Give me a break. Okay. I'm sorry. It's fine. You're not in trouble. The sofa is lumpy. And I was cold. Even with the blanket. Come in with me. We'll figure out a better system in the morning. I can make breakfast. I read the manual for the food warmer. The microwave? Yeah. Did you know how to make? Tomorrow, Pashta. Come under the blanket. No, it's with the spot coming gegangen. I won't say anything else. I'll be quiet now. Very good. Not a word. Silenzio. Good night, Rania. Gute Nacht, Pashta. Gute Nacht, liebe Zuschauer. Mein Gott. Rania. Hey, Rania. Wake up. Oh, nee. Was ist denn jetzt? You have to see this. We got a present. Was? A present? Warum ist alles schwarz? Well, a delivery from Cloudpunk. I think you have it the wrong way around, Pashta. I don't get packages. I deliver them. This one had your name on it. I opened it already. I hope it's okay. But what? What? This is... Camus, you're not gonna believe this. No, I'm not. What are we going to do today? Well, we should go outside, I guess. You need to get used to that new frame. I would like to run. I'll race you. I will win. You are much too slow to beat me. You are the number that. Alright, let's get ready. Then we can go explore. Let's do this. It will be nice to see what Nivalis is like in the daytime. Is it safe to walk around? It's a lot safer than driving. As long as you stay close to us, Pashta. I promise. Can we go to the park? Is there a park? Oh, and can we go to the cinemas? And the coffee place? Was will she denn im Kino? We're only going to one place, then back home. Gather your things. I'll be with you both in a minute. I have something I need to do. Come on, Camus. Help me pack a bag. We'll eat snacks. I can help. Oh, now we're going to another one. I'm playing this one for you, Ben. It's a song about home. Okay. Schließe das Spiel ab. Wir haben es geschafft. Das war Cloudbound. Das war... Wie kann ich es am besten beschreiben? Es war geil. Aber es war auch gleichzeitig ein bisschen nervig, muss ich sagen. Es ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig, dieses Spiel zu bewerten, finde ich. Es ist einerseits wollte man... Man wollte eine Vision umsetzen. Und ich finde, das hat hervorragend funktioniert. Aber gleichzeitig ist es halt auch... Ja, ich weiß nicht. Es ist ein bisschen schwierig für mich zu bewerten, weil... Einerseits ist es so von... Also von der Stadt her und vom Aussehen ist es halt wirklich eine glatte 10 von 10. Aber das Problem ist halt so ein bisschen, die Dialoge wirken halt etwas langwierig, weil man halt häufig einfach nur zuhört, weil man selber gar nichts macht. Man kann sich nicht bewegen. Man kommt nirgendwo hin. Man kommt nicht voran. Man ist quasi dazu gezwungen, sich einen Dialog anzuhören. Und bevor man den nicht angehört, geht es halt auch nicht weiter. Das ist halt so ein bisschen... Ich weiß es nicht. Es ist schwierig. Weil einerseits ist es sehr, sehr gut gemacht und es sind sehr schöne Dialoge. Aber andererseits ist es auch etwas sehr, sehr schwierig. Wisst ihr, es ist schwierig, das dritte Wert. Weil man kann es halt nicht mit anderen großartigen Spielen vergleichen, die das deutlich besser umgesetzt haben, deutlich lebendiger gemacht haben. Ich meine, es ist nur bewusste Designentscheidung zu sagen, hey, wir machen diese Blockstruktur und sie sehen halt auch die Personen aus. Das macht es aber für mich sehr, sehr schwierig, damit wirklich was anzufangen. Es ist etwas schwierig, ich denke. Es ist etwas schwer greifbar, wenn ihr versteht, was ich meine. Es ist nicht so, dass ich mich da gut reinversetzen kann. Es ist mehr so, ich höre Leuten beim Reden zu. Und das ist halt nicht so besonders spannend, sagen wir es mal so. Deswegen, ich würde sagen, das Rhein-Rumpfliegen und so hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn die Steuerung etwas schwammiger ist, als ich es mir hätte vorgestellt. Die Personen und die Dialoge sind eigentlich sehr, sehr schön gemacht. Da habe ich jetzt nicht so, dass ich sie in irgendeiner Form eigentlich dann auszusetzen. Von daher, ja, es ist schwierig. Ich finde es persönlich sehr, sehr schwierig. Aber unverbestimmt würde ich sagen, war es ein gutes Spiel. Es war ein gutes Spiel, auch wenn ich zwischendurch noch mal so ein bisschen, ja, einen anderen Anschein gemacht habe, sagen wir es mal so. Aber ich würde sagen, man hat sich auf eine schöne Sache, hat man sich konzentriert und das sehr, sehr gut umgesetzt. Auch wenn die Sache an sich jetzt mir persönlich nicht zu 100% zusagt. Es ist mir so zu 60%. Aber ich sage mal so, es gibt einen Grund, warum Cyberpunk das beste Spiel ist, was ich je gespielt habe. Und warum Cloudpunk wahrscheinlich nicht in meine Top 10 kommt. Dafür gibt es einen Grund. Aber, also ich sage mal so, das Design der Stadt ist nicht der Grund dafür. Es sind die anderen Gründe. Aber das waren bewusste Designentscheidungen. Da kann man jetzt nicht irgendwie böse sein oder so. Oder irgendwie sagen, ja, da haben die ein bisschen Scheiße gebaut. Nee, nee, die haben genau das gemacht, was sie wollten. Und das ist gut. Aber es sagt mir persönlich jetzt nicht so zu. Und ich muss auch gestehen, so ein bisschen haben sie mich zwischendurch verloren gehabt. So mit der gesamten Story und so. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Hauptstory an sich mir egal war. Aber es fällt mir persönlich halt schon schwer, da jetzt wirklich was damit zu verbinden und zu fühlen, muss ich sagen. Das ist, ich weiß nicht. Aber es war eine schöne Zeit. Es war eine schöne Zeit. Aber ich bin auch froh, dass es jetzt vorbei ist, muss ich sagen. Also nochmal 8 Stunden spielen. Boah, da hätte ich nicht geschafft, muss ich ehrlich sagen. Das wäre nix gewesen. Klasse. So, jetzt sind wir hier mit Chemist. Fantastisch. Wir haben Pasch da. Fantastisch. Ja, können wir jetzt eigentlich noch was machen? Oder wir können gehen? Yes, please. Wir können Pizza essen. Okay, wir können jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen die Stadt erkunden, nehme ich mal stark an. Und haben jetzt halt immer Chemist und Pasch da bei uns. Oder? Nee, haben wir nicht. Okay. Also ich könnte jetzt theoretisch hier noch mehr machen, die Stadt erkunden und so. Aber ganz ehrlich, es muss nicht sein. Ich würde sagen, meine sehr verehrten Damen und Herren, es war mir eine Ehre. Es war ein schönes Spiel. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich glaube, großartig viel mehr muss ich dazu auch nicht mehr sagen. Ich will es jetzt auch nicht komplett ausreizen. In dem Sinne gehe ich jetzt nochmal auf den Balkon, schaue dem Vogel zu, der im Käfig gefangen ist. Und ich bedanke mich einfach ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Spiel haltet. Aber ja, ich würde sagen, unterm Strich reicht es. So, sagen wir so, es war genug. Es reicht. In dem Sinne, vielen Dank. Und ja, mal gucken, was mein nächstes Projekt ist. Ich weiß nicht mal, was mein letztes Projekt war. Von daher, ja, würde ich sagen, schauen wir einfach mal, was die Zukunft bringt, oder? Aber in dem Sinne, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Und ja, ich würde sagen, auf Wiedersehen. Tschüss. Ach ja, einfach großartig. Ciao, ciao.